Hallo. 15, 16. Herzlich willkommen. Ja? Im Story mach du die Ansage. Hallo und herzlich willkommen hier bei Ravenmoon. Bei YouTube, ja genau, bei YouTube. Loll mit Freunden. Nein, 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 oh mein Gott. Irgendwas. Total verkackt, aber das macht nichts, weil er nicht auf Pause drücken kann. Warum soll er nicht auf Pause drücken? Wenn bei mir einmal die Aufnahme läuft, dann läuft die, dann wird die nicht mehr angehalten. So, Wanny ist auch noch dabei, im Mittagrund kann ich immer noch nicht reden, so fertig. Das musst du jedes Mal dabei sagen. Das ist wichtig. Damit jeder das im ganzen Land weiß. Aber nur bis morgen. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also für euch bis vor einen Monat. Hab' ich viel lol in letzter Zeit aufgenommen. Ja. Oh. GZ. Entschuldigung. Müssen wir dir jetzt mehr helfen, als du uns liebst? Ne. Okay, komm wir gehen. Mach's alleine. Ach, ist ja schön. Was machst du zuerst, Kröte oder was, ne? Schreib' mal Penis. Danke. Du musst wohl die anderen beiden in unserem Team denken, dass du die ganze Zeit nur schreibst. Duuude. Wieso hätt's jetzt Penis sagen können? Ja. Du hättest. Ja, trotzdem nicht. Nö. Nö. Nie. Nö. Ups. Alles mehr. Alltallye Shit. Bam. gemsch letters. Sie ist verrückt, wuuu, sie ist verrückt, sie hat kein Mikrofon. Ich brauch sie nicht bedanken. Sie ist jetzt selbstverständlich. You know? Dafür erwarten wir einen Gank in Minute 5. Na, fast getroffen. Ich hab noch keinen Minion erwischt. Ich bin so gut. Ich bin so gut, Alter. Was denn jetzt los hier? Ich bin so stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf mich. Wenn wir jetzt hier poken, wenn ich keine Minion erwische, müssen wir poken oder wie war das? Krass. Also ich treff die Minions gut. Ja, hab ich gesehen. Aber das Unterschied ist, du willst ihn nicht treffen. Jetzt treffst du sie, komm. Ideal, ideal. Ja, ne Minion hat er. Jetzt will er auch noch ein bisschen Schaden abhaben. Kein Problem. Wir verteilen das direkt auf alle. Oh, der macht ja auch Schaden. Oh, der wird reich verfallen. Ach, Mann, der soll mich mal in die Ruhe lassen, ey. Nervt der hier rum? Guck mal, wie der nervt. Mhm. Dann den macht. OP Minions. So fies. Lass mich hier erst zuerst ein B machen, bevor du ein Fu machst. Oder wir fahren einfach an die Portion einfach nicht. Äh, hier ist ein Ding drin. Ja, ein Wodi. Wodi, 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 Wodi. Interessante Taktik. So gibt man denen also Kills. Oh, schade, die ist grad da kurz vorgelaufen. Ganz probieren, ja. Ups. Stunning, bitte, Stunning. Was, kein Mana. Nein, bleib vor mich liegen. Oh, du hättest noch einer fangen müssen. Da kann ich auch nix machen, wenn du ne Feitsche machst. Ah! Jetzt schärbt mich auch noch. Oh, echt jetzt. Damit aber in den Busch gucken können. Ja. Oh, Wanni ist wieder da. Ich bin auch da, Wanni. Können angreifen, kein Problem. Okay. Aber nicht so schnell. Ich brauch ein bisschen. Ah, Killseye. Sehr gut. Ich hab' den Rasierer angemacht. Und die sind ja auch XP abstauben, wenn du die ganze Zeit hier bleibst. Heh. Peace. Speed level. Genau. Dafür, dass du vorher so viel Vorschmuk hatte. Da war 5 Uhr statt sei... ..und jetzt hat's... ..12 zu 30. Irgendwie is' die in den Farmen bisschen zurückgekommen. Die Ashe, kann das sein? Mh. Klar, er bestimmt nicht. Oh shit, meine Fallen sind leider falsch los. Ich komm noch weg da. Ja wohin denn? Jetzt kommst du wieder an, Wanne. Ja, jetzt ist zu spät. Ja, einmal mit Studenten arbeiten, was? Ach ja. Du kannst nicht fliegen. Das wäre geil, aber du kannst nicht fliegen. Boah. Ramsus kann nicht fliegen. Ramsus sag ich mal. Ramsus. Ramsus der Ägypter König, was? Guck mal, 227 sind schon gestoppt. Oder auch einer zweimal. Oder auch ich zweimal. Nein, egal. Oh Gott. So nicht, mein Freund, so nicht. Oh, den Minion hast du. Ja. Der konnte nicht mal weglaufen. Ja, er aber auch. Das ist immer toll, wenn du reinlaufen hast. Gibt so viel Kohle. Ein bisschen Kekse futtern für Mana. Ich sag mal dafür, dass ich noch ein bisschen länger so bestehen werde. Ich hab' auch von dem vollen Tick abgeholt. Ein weh, ein er. Dann ist die tot. Wo ich mir raus gerannt. Der schild mich. Jetzt brauche ich nur noch ein er auf sie. Oh, ja. Geh mir hier auf den Sack, ey. Oh. Und jetzt? Ich hab' alles richtig gemacht. Ich kann jetzt in einer Minute wieder. Ich hab' auch genug Kekse. Ja. Ich geh' mal ein bisschen einkaufen. Mhm. Ich mach' den nur ungefähr in einer Minute. In 50 Sekunden ungefähr. Eigentlich in 40, weil dann mach' ich in 10 Sekunden wieder Bräucher zum Porten. Das ist nicht so gut, ne? Nee. Was ist, wenn ich eine Waffe hätte, die Waffen schießt? Ach, komm. Geht alle weg. Ihr werdet denn alle sterben? Haltet euch bereit. Die Zeichen drin. Schild mich doch! Stun den! Sehr gut. Ich komm' gleich wieder. Port mal eben zurück. Hoffen. Ah, lockte muss da. Jo. Beste Zeit um zurück zu gehen, oder? Ja. Können wir sogar schon... Ach, oh, hab ich ja schon. Oh, toll. Dann kaufen wir noch ein paar Tränke. Wer da? Ja. Keine Ahnung, ob er da noch steht. Ich auch nicht. Geht's erwischt? Ich kann mich raus. Dann fang ich einfach fest. Huh! WTF? Und die wieder da los mit 0 HP. WTF? Der hat eine Doppelwaffe für mich. Aber jetzt nach Raketschießen treffe nur den komischen Kerl. Und die Rakete reicht wahrscheinlich nicht, um ihn zu töten. Ah! Sie heilt sich schon wieder zu viel. Nicht wegborten! Hierbleiben! Hierbleiben! Geht doch. Weißt du. Die sind beide zu früh weg. Verdammt. Weißt du. Egal. Ich hab grad schöne Stats. Ich glaub ich geh jetzt AFK. Eins, zwei, drei. Was hat der? Ja. Vielleicht keine Klaus mehr, wo das Minion denkt. Ja. Ein Doppelbuff ist wieder, oder? Ja. Aber er hält nicht mehr lange. Ist das Ulti oder was? Ne, Ulti hab ich grad rausgeschossen. Nur wieder hinten umgerannt hätte er mich wahrscheinlich nicht killt. Ja. Also wenn seine Hook dann auch gebraucht hätte. Ja. 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 Schieb mich. Schieb mich schnell. Und zufrieden. Ich hab dich vorher schon geschildert. Deswegen konnte er dich nicht zurückschubsen. Achso. Oh, Wanny kommt angerast. Aber ohne ADC würde der Schaden nicht reichen wahrscheinlich. Reicht es dann. Schade. Reicht. Reicht. Doppelkill für den Jungler. Los kommt. Mach was. Wieder läuft nicht zurück. Er soll zurücklaufen. Ich hab jetzt noch eine Ulti sowie Schossen. Er soll zurückläuft. Muss uns dann raushauen. Jetzt. Er darf nicht porten. Lass ihn nicht porten. Er ist bei zu low. Ich bin der Ulti schon leider draußen. Stun ihn doch. Egal. Wider *** Werden wir Dragon machen, Wanny. schreibt keine antwort schade was soll mit helfen klar rennt einfach durch nein es wird Zeit, dass ich meine Warglass fertig bekomme Ah, was machst du denn hier? Wuhu! 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 Ulti! Ich hab grad schon benutzt. Ulti! Wofür Ultis hab ich da ja nicht. Ulti? Nein, er ist in 76 Sekunden. Oh Gott, der Tower unten ist weg. Stimmt, mein Fort ist auch gebrochen. So ne Scheiße. Minion hättest du nehmen sollen. Ja, hätt ich. Aber ich kenn das. Das fällt mir dann auch immer erst ein, wenn's vorbei ist. Ja, weil der Fort, wenn der kaputt geht, dann geht das trotzdem noch. Aber, ähm, Tower... Wir mussten... Wir mussten slowen uns. Ach so. Genau so. Und du rufst trotzdem noch. Habt ihr sie nicht gekriegt? Bist du wenigstens low? Manni, ich seh schon, wir sind uns richtig einig. Was war denn mit Dragon? Wollt ihr den nicht machen oder was? Wir sind da grad noch. Ich seh euch. Wir haben noch schon Gründe. Beide Fälle. Wollen wir den rausziehen? Nein. Wollen wir das mal da unten nicht fertig machen. Da vier. Hier. Hier ist schon mal Oberpflauen. Oh, hinter uns kommt jemand. Hier. 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 er muss auch mal drängen gemacht werden jetzt ich brauche noch geld macht man den dragon jetzt schnell in 16 sekunden muss ich dann muss er fertig sein mit volex mit drin auf der base und ich habe letztes hatte mich gerne richtig lieb geworden und die hat aber auch ein glück danach nach der ohne dass wir immer zurück damit regnet doch keiner das war so klar Die lieben mich. Bin ja auch schon zu dritt hier. Vielleicht halt. Ich glaube, wir sind zu viert. Aram, ja. Schön, ich mal nix getroffen habe, aber er war genauso gut. Hätte ich mit ihnen getroffen. Oh, da kommt einer von hinten, ist ja cool. Ja, er stand gerade so ein bisschen durch. Oh, da hat sich auf dich echt selber getötet. Ich bin mir jetzt ein Rektor, ne? Da wäre ich sauer. Aha. Naja, doch, da wird dieses Spiel nicht mehr gemacht. Aha. Ich muss nochmal Drache sagen. Drache. Ich bin einein Knoten. Jetzt bin ich. Ich bin ein Rektor. Na, da ist das nicht mehr. Ich bin ein Rektor. Ich bin ein Rektor. Den habe ich es, deine Scheisse. Ich bin ein Rektor. Ich bin ein Rektor. Das liegt nicht an Trash, mein Freund. Deine Hooks waren nur einmal so ein bisschen leicht verscheiden. Ne, jetzt will ich den auch nicht mehr. Ah, Vanni, bleib da und hilf mir. Nein, ist schon weg. Oh, okay. Ich bin noch ein bisschen da drauf, kann ich meine Rakete auf ihn jagen. Ja, Schatz, der will jetzt umdrehen, weil auch Wanni da in der Nähe ist. Wir machen keinen Drachen. Zwei Runde ohne Drachen. Du wolltest es noch zeigen, ne? Wanni, du wolltest es nicht noch zeigen jetzt. Voll am Trollen, ey. Ach, komm schon. Was? Warte. Ich sag gleich was echt cooles. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Okay. Wie ist das? Du bist echt voll egal. Ja, Kramus ist richtig geil. Das ist normal bei Tanks, Wanneer. Ja, bei Rammus ist es extrem. Durch die Schilderei und alles. Ja, das stimmt. Ja, und weil deren Addys nicht so stark ist. Ja, weil ich vielleicht was mit Rüstung durch Rüstung machen könnte. Aber man kann ja keinen Dragon machen direkt Baron. Ohne Dragon. Naja, nee, Baron jetzt auch nicht mehr. Aber er hätte vor sieben Minuten statt von oben. Fremd auch wieder. Oh, eh, hier oben, die push ich ja schon. Ekko kommt auch noch von der Seite. Jo, lockt ihn auch noch. Aber nicht zu spät, der Tower ist down. Ja. Ja. So, mach mal ein Kill, lass mich klauen. Ha, die Stunts sitzen heute aber auch wieder gut. Da kann ich so schnell rennen, dass ich den auf den Ecke kriege. War auch nicht. Hallo Hilfe 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 Das ist doch gar nichts. Ich hab so viel Schaden von der Base gekriegt, dann musste ich wieder raus. Gut. Leider alles so cool da unten. Ich bin so langsam. Ach da steht da noch ein Tower. Ach du kacke. Ist kein Tower, da sind eh nie hier. Nee, unten. Ach ich hab gar keine Mana. Money kommt doch wieder. Oder wer Telefon? Nee, sie hat Telefon. Ich muss mich nur schneller hoch machen, als er mir Schaden macht. Ist ganz einfach, oder? 3.700 Gold. Man will aber in der Feierabend machen. Guck mal. Und das ohne Drängen. Ohne Burn. Dann machen wir Feiern. Das ist gut. Naja. Ja, die ist noch ein Item gekauft. Das ist noch ein Item gekauft. Und dann werden die Solo noch... Noch lockerer für die Manche. No. 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 Auğimizde! Neumdi! Vielen Dank.